Die v-förmige Messeranordnung ermöglicht einen scherenartigen Schnitt. Dieser ist kraftsparend, erzeugt eine exakte Häckselqualität und zentriert das Erntegut. Für unterschiedliche Marktanforderungen bietet Class 4 Trommel Varianten an. Am Beispiel der 28 Messertrommeln wird zur Schnittlängenerweiterung die halbe Anzahl der Messer demontiert. Schnittlängen bis zu 37 mm sind somit möglich. Bei dieser Messermontage wird deutlich, dass die Erntegutabgabe nicht symmetrisch ist. Dieser Messeraufbau wird nur zur Grasernte empfohlen. Ein Einsatz mit einem Corncracker ist nicht freigegeben. Die neue V-Max Trommel bietet nun die Möglichkeit, die Messerträger so zu versetzen, dass bei einem Aufbau mit der halben Anzahl von Messern ein symmetrischer Erntegutauswurf erfolgt. Vorteil? Freigabe für den Einsatz mit Corncracker, der somit eine sehr homogene Erntegutaufbereitung bei Schnittlängen bis zu 30 mm wie zum Beispiel Shredledge erzielt.